Am Dienstagnachmittag hat die März Sitzung 2024 des Südtiroler Landtages begonnen. Das Plenum hat eine Änderung der Geschäftsordnung beschlossen, damit wurde der Weg für die Bestellung der Gesetzgebungsausschüsse freigemacht. Weiters wurden sechs Expertinnen-Experten für den Landesbeirat für das Kommunikationswesen namhaft gemacht. Angenommen wurde zudem ein gemeinsamer Beschlussantrag von Team K. Grünen und PD Demokratischer Partei, in dem es um die Miteinbeziehung des Landtages bei Verhandlungen der Landesregierung mit der Regierung in Rom zu Änderungen des Autonomiestatuts geht. Behandelt wurden zudem ein Beschlussantrag von JWA-Wirt Anderlan bezüglich der Verwendung von Gender-Sonderzeichen in Politik und Verwaltung, einer der Grünen zum Klimabürgerrat und einer von PD Demokratischer Partei zu Ermäßigungen für die ansässige Bevölkerung bei Aufstiegsanlagen sowie ein Begehrensantrag der Südtiroler Freiheit zur Amnestie für die Südtiroler Freiheitskämpfer. Die Arbeiten des Plenums an den Vorschlägen der Opposition werden noch bis Donnerstagmittag fortgesetzt.